Hallo liebe Freunde, wie einige von euch wissen, fliegen Janik und ich bald nach Australien und aus diesem Grund haben wir heute noch eine kleine Abschiedsfeier organisiert. Ja, mit dieser Abschiedsfeier wollen wir uns bei euch verabschieden und bedanken und ja, ich packe jetzt noch einige Sachen und dann würde ich sagen, nehme ich euch heute mal ein bisschen mit rum. Guck mal jetzt, übertrieben, der moved es ja auch. Richtig nice, Alter. Das war der Lieber von Kronenberg. Kronenberg! Kronenberg! Wuhu! 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 Jerry Franzenberg! Wuhu! Wuhu! In Striction! So, die Vorbereitungen laufen und dann kann es gleich losgehen. Ja, es ist jetzt schon zwei Tage nach dem ganzen Geschehen. Dummerweise ist leider mein Akku ausgefallen, als die Feuer dann richtig losging. Von daher habe ich jetzt nur den Aufbau mitgefilmt. Und ja, es ist jetzt schon Montag und wir haben gerade den ganzen Scheiß noch weggebracht. Und ja, ich bin jetzt auf dem Nachhauseweg. Ja, und dann geht es in sechs Tagen auch schon los für Yannick. Und für mich dann in einem Monat. War auf jeden Fall ein geiler Abend. Danke an alle nochmal, die da waren. Hat uns sehr gefreut. War ganz chillig mit euch. Nochmal einen Abend zu verbringen. Und dann würde ich sagen, bis in einem Jahr. Ja. 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 Toussaint. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.